Nimmst du das Angebot an? Damals hab ich viele Fehler gemacht. Oft hab ich gesiegt. Doch bin ich zu oft gefallen. Ich hatte sie unterschätzt. Ich war unvorsichtig, impulsiv, unkontrolliert. Doch jetzt ist die Zeit reif. Mein Training hat sich voll und ganz ausgezahlt. Ich habe ein komplett neues Level erreicht. Und nun hab ich die Chance bekommen, das unter Beweis zu stellen. Unter allen wurde ich auserwählt. So werd ich mein Ziel näher kommen. Ich nehme jede Herausforderung ab. Komme was wolle. Ich bin bereit. Es ist an der Zeit. Ich kehre auf das Schlachtfeld zurück.